Passiert dir das auch immer, du machst den Teebeutel raus, tropfst, tropfst und triffst nicht in deine Ablage für den Teebeutel. Einige benutzen auch so einen Löffel, um den Teebeutel auszuwenden, legen ihn hier drauf und pressen den aus und naja, hier, hier, alles vertropft auf dem Tisch. Ich zeige dir jetzt, wie es besser geht. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere mich kurz für weitere tolle Videos. Schön, dass du da geblieben bist, denn jetzt zeige ich dir den Trick. Zieh den Teebeutel langsam nach oben, halte ihn kurz unter der Wasseroberfläche, meistens dreht er sich. Dadurch wird die Oberfläche und Spannung sorgen, dass das Wasser vom Teebeutel nach unten zieht und wenn du langsam immer höher gehst, es tropft nichts mehr. Siehst du? Und jetzt kannst du ihn schön langsam hier rüberlegen und deinen Kaffee schön genießen. Hast du diesen Trick auch schon gekannt? Oder einen anderen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ich mich nicht verwende, wollte ich sagen, habe ich eigentlich die L�状lage anhört, dann sagen hier warte ich und während ich mich Interesting habe. Jetzt hast du Authgendworte erwähnt, ich will es gerne in die Kommentare Youtube. Vielen Dank.